hi leute heute im test für euch die crazy eyeballs von xplode schon aus wie die augen wir haben eine neem von 4,2 gramm bodenwirbel mit kreckling ausstoß 3 stück in blau in rot und grün okay dann viel spaß und ab zur zündung so hi leute heute auf dem zündelplatz für euch die crazy eyeballs von xplode so hab die schon aus der tüte gewusst fangen wir an mit grün was dir noch was ausmacht grün, rot und blau schauen wir mal abschluss kreckling so jetzt machen wir den blauen auch so in der kreisler, aber der will nicht freustig ein bisschen schief stand, naja gut kreckling, ein bisschen dumpf alter mann, muss ich bitten und jetzt der rote also bis jetzt, oh, aus bitte nicht ja, das ist gut ja, das ist gut so, die wollen hier irgendwie kreckling, okay, gut ja, oh muss man auch sammeln gut, okay, das waren die crazy eyeballs oder eierbäller für kommentare likes und abos würde ich mich sehr freuen freut euch auf die nächsten videos ciao, ciao